Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Liebe Kasparinnen und Kaspar, hier ist wieder euer Schlafanzugpulli und da morgen Montag ist und einige von euch bestimmt früh raus müssen, machen wir jetzt einfach mal weiter mit unserer lieben Serie zum Neischlafen. Und während ihr jetzt wie gewöhnlich und üblich und beliebt euer Lieblingskissen auflauscht, euer Kuscheltier in den Arm nehmt und die Flauschdecke zusammenrollt, kommt etwas Kultur. Bevor wir anfangen mit dem nächsten Holmes, ich habe heute etwas Internationales für euch mitgebracht, das mir vom Autoradio vorgeschlagen wurde. Ja, es ist eine Art musikalische Dichtkunst aus dem Ausland, ein sogenanntes Dichterkollektiv, das sich nennt, stell dir mal vor, Drachene, und ihr Werk heißt Donner, glaube ich. Ich glaube, es geht um Donner, mal sehen. Ich lese nicht den ganzen Text vor, er fängt an mit ein paar albernen Vierzeilern, wir machen nur den Schluss, der lyrisch doch deutlich wertvoller ist. Ich beginne vorne. Donner, 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 fühle den Donner, Klammer auf, Don, Don, Klammer zu, Blitz, dann der Donner, Klammer auf, D, D, Donner. Donner, 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 Klammer auf, Don, Don, Klammer zu, Blitz, dann der Donner, 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 Klammer zu, Donner, fühle den Donner, Blitz, dann der Donner, 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 Fühle den Donner, Klammer auf, Don, 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 Blitz, dann der Donner Donner, Klammer auf Donner Donner, Klammer zu Donner, fühle den Donner Klammer auf Don, Don, Klammer zu Blitz, dann der Donner Donner, Klammer auf Donner Donner, Klammer zu Ja und so geht das dann gefühlt eine dreiviertel Stunde weiter Also ihr wisst in etwa Bescheid ich sag's mal so wenn ich nicht gerade eingepackt hätte ich glaube ich wäre lachend gegen den nächsten Baum gefahren und für so einen Scheiß kriegt man heute einen Plattenvertrag also unfassbar ja seid ihr soweit, habt ihr eure Kuscheldecke bereit, dann können wir anfangen, würde ich sagen, ihr seid in der horizontalen Hände über der Decke, Licht ist aus, wunderbar dann mache ich jetzt ein unfassbar spannendes Let's Play an, Moment nehmen wir das mal heute und wir fangen an mit einem selbstgeschriebenen Fall mehr oder weniger selbstgeschrieben Sir Arthur K.I. Doyle Sherlock Holmes und der Fall der verschwundenen Filmrollen aha, geht schon mal gut los ihr seid soweit, ja? gut es war gegen Ende eines besonders arbeitsreichen Jahres, als mein alter Freund Sherlock Holmes vorschlug ein wenig Ruhe in der idyllischen Abgeschiedenheit des Küstendorfs Bricksham zu suchen obwohl es ihm schwer fiel sich von den Verlockungen Londons und den ständigen geistigen Herausforderungen seiner Detektivarbeit zu lösen so war es doch offensichtlich dass auch er eine gewisse Erholung nötig hatte ich war selbst der Überzeugung dass ein Tapetenwechsel uns beiden gut tun würde so machten wir uns an einem kühlen Herbstmorgen des Jahres 1920 und spät spielt er spielen die nicht normal immer 1890 um den Dreh rum da sind sie aber auch schon alt auf dem Weg nach Dörven in der Hoffnung einige ruhige Tage sein ab der Unruhe der Metropole zu verbringen Urlaub ist richtig und wichtig für euch natürlich doof ihr habt keinen sonst würdet ihr euch jetzt nicht das Video ansehen da seht ihr euch ja an weil ihr morgen früh raus musst weil ihr keinen Urlaub habt Briggsham war ein malerisches Fischerdorf an der Küste von Dörven umgeben von rauen Klippen und einer klaren salzigen Seeluft die sowohl Geist als auch Körper erfrischte die Fahrt dorthin war ruhig und unspektakulär und während der Zug durch die englische Landschaft ratterte ging mein Blick aus dem Fenster und verlor sich in den grünen Hügeln und dem blauen Himmel Holmes hingegen hatte sich in einen seiner zahlreichen Wissenschaftleren durch den Artikel vertieft wie es seine Art war doch ich bemerkte einen Hauch von Unruhe in seinem Blick die Art von Unruhe die immer dann in ihm aufkam wenn er nicht gefordert wurde da kennt man es wird einem dann einfach langweilig das Hirn braucht dauernd irgendwas zu tun also bei manchen Leuten es gibt natürlich auch Leute die setzen sich hinspielen von morgens bis abends Zellat rauf und runter die legen das Gehirn quasi morgens in die Schuppe und Wochen später liegt es immer noch da aber beim normalen Menschen da ist das Gehirn schon es ist wie ein Muskel es will trainiert werden und es gibt ja auch Menschen ihr wisst die haben keine Muskeln würde auch gar nicht gehen weil die Beine voll mit Wasser sind wo soll da noch ein Muskel Platz finden das ginge ja gar nicht rein anatomisch nach einer gemächtlichen Reise hinter uns zu lassen das klingt gut ich glaube da mache ich auch mal Urlaub ich glaube dieses Bricksham gibt es sogar wirklich unser Quartier war das Chili and Cheese Moment ist das eine Anspielung? ein kleines aber charmantes Gasthaus direkt am Hafen es war ein typisch englisches Pub mit niedrigen Deckenbalken die vom Rauch vergangener Winter geschwärzt waren und einem knisternden Kamin der in der Ecke des Schankraums flackerte die Besitzerin Mrs. Pop was? ich glaube der hatte Anspielungen reingemacht der Lursch eine freundliche stimmige Frau mit roten Wangen und einem herzlichen Lächeln begrüßte uns bei unserer Ankunft Mr. und Mrs. Mr. und Mrs. Watson ja okay ich habe die beiden jetzt einfach mal schnell verheiratet ich meine hallo wir haben 2024 ach nee da ist ja noch 1920 da geht das natürlich noch nicht Moment da muss ich auf den Schreck erstmal einen Schluck hier von meinem leckeren Earl Grey so Jungs also ihr seid jetzt wieder geschieden kein Schweingrahm Mr. Holmes und Dr. Watson nehme ich an willkommen in Bricksham ich habe die besten Zimmer für sie vorbereitet sie werden sich hier wohlfühlen da bin ich mir sicher Holmes nickte höflich doch seine Gedanken schienen bereits wieder anderswo zu sein Mrs. Pop zeigte uns unsere Zimmer die einfach aber gemütlich eingerichtet waren ich genoss den Moment der Ruhe und die Aussicht auf die kleinen Fischerboote die im Hafen dümbelten Holmes jedoch blieb nicht lange in seinem Zimmer kaum hatten wir unsere Sachen abgestellt war er schon wieder in den Schrankraum hinabgestiegen und musterte die wenigen Gäste mit seiner charakteristischen prüfenden Neugierde Holmes alter Freund du solltest wirklich versuchen dich zu entspannen rief ich ihm zu als ich ihm folgte wir sind hier um zu ruhen nicht um Verbrechen aufzuklären mein lieber Watson sagte Holmes während er einen der alten Ledersessel in der Ecke des Pubs in Beschlag nahm du weißt genau dass ich ohne die geistige Stimulation nicht lange verweilen kann aber sei beruhigt ich habe nicht vor mich in die Angelegenheiten dieses verschlafenen Dorfes einzumischen es dauerte nicht lange bis genau das Gegenteil eintraf was wird da wohl passieren obwohl ein Kriminalfall auf uns zukommt während wir unser Abendessen einnahmen ein wohlschmeckender Eintopf der seinen Ursprung wohl irgendwo in der einheimischen Küche hatte bemerkte ich einen Mann der den Papp betrat und sich mühsam durch die Tür zwingte der Neuankömmling war von beeindruckender Statur nicht durch seine Größe sondern durch seine beträchtliche Leibesfülle das kommt mir irgendwie bekannt vor sein Gesicht war bleich und aufgedunsen und seine Kleidung die einst von feinem Stoff und gehobenem Schnitt gewesen sein mochte war zerknittert und fleckig ein deutlicher Geruch von Schweiß und Zigarettenrauch ging von ihm aus und er ließ sich schwerfällig auf einen Stuhl am anderen Ende des Raums fallen Sehen Sie ihn sich an, Watson flüsterte Holmes mir zu Ein Mann, der sowohl von körperlichem als auch von moralischem Verfall zeugt Sein Gesicht ist eine Studie des Unwillens sich zu ändern und seine Augen sprechen von einer inneren Verzweiflung die ihn zu einem unwürdigen Leben treibt Ich nickte noch immer erstaunt darüber wie schnell Holmes die Essenz eines Menschen aus wenigen Sekunden der Beobachtung extrahieren konnte Kurz darauf drehte sich der Mann in unsere Richtung und schien uns zu fixieren Wie? Ich glaube, das hat er gehört Meint ihr auch, er hat's gehört? Oder guckt er nur Zufall? Also aus Zufall rein Zufall Kann natürlich auch sein dass er sich einfach mal im Raum umsieht und denkt Ja hoppla, da sitzen zwei die kenne ich noch gar nicht Vielleicht ist das ja ein Stammgast der jeden Abend da ist und dann fällt das natürlich auf hin plötzlich jemand da ist der vorher noch nie da war Er erhob sich mühsam von seinem Stuhl er brauchte zwei Hände und näherte sich uns mit seltsam watschelnden Schritten Ich konnte nicht umhin einen Hauch von Widerwillen zu verspüren als er näher kam Mr. Sherlock Holmes fragte er mit eiserer Stimme und einem schnarrenden Ton Man sagte mir dass sie hier weilen Holmes musterte den Mann eine Weile bevor er antwortete Das stimmt, mein Herr Und mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Sir Raymond Winclair Irgendwas klingelt da Ich komme aber nicht drauf was Aber irgendwas erinnert er mich antwortete der Mann mit einem Hauch von Stolz in seiner Stimme als ob dieser Name in der Umgebung noch gewicht hätte Also wenn da was gewicht hat dann seine Wampe und die ganzen Ärsche die um ihn rumhängen aber der Name bestimmt auch Ich bin der Besitzer des Landsitzes Winclair Hall nur ein Stück die Küste hinauf im Dorf Hillhead Es ist mir eine Ehre sie hier zu treffen Ich bin ein großer Bewunderer meiner Arbeit äh ihrer Arbeit Sie schmeicheln mir Sir Raymond sagte Holmes kühlt Was führt sie zu mir? Ein Verbrechen Mr. Holmes Ein dreister Diebstahl auf meinem Anwesen Etwas das ich nicht tolerieren kann Ich fürchte ich habe keine andere Wahl als ihre Dienste in Anspruch zu nehmen Ich war überrascht Ein Diebstahl? Hier? In diesem ruhigen abgelegenen Teil der Welt? Holmes hingegen schien bereits mit einer Mischung aus Neugierde und Skipsis den nächsten Schachzugs seines neuen Gesprächspartners zu erwarten Habt ihr auch gewartet? Ja ich auch Ich musste mich kurz räuspern Irgendwie Die Luft ist Das ist jetzt wieder Heizungsluft die ist so trocken Das bedeutet ich muss mehr trinken Und was wurde ihnen gestohlen? fragte Holmes Filmrollen 600 an der Zahl Mr. Holmes Selten und von unschätzbarem Wert für mich und meine Gäste Holmes zog eine Augenbraue hoch Das liest man immer so häufig dass Leute eine Braue hochziehen und die wenigsten können das Das ist genauso wie mit den Nasenflügeln wackeln oder mit den Ohren wackeln Das kann ja auch nicht jeder aber so in Geschichten jeder kann eine Augenbraue hochziehen ist ja gar kein Ding so kann ja jeder Genauso wie mit einer Ketten also mit einer drei, vier, fünf, sechs Kettensägen jonglieren während sie laufen ist ja kein Ding macht ja alle Locker Filmrollen in dieser Abgeschiedenheit das ist in der Tat ungewöhnlich Ungewöhnlich oder nicht sie sind verschwunden und ich habe eine starke Vermutung wer sie gestohlen hat Eine Lady war bei mir zu Gast Lady Ariella Sie verließ die Feierlichkeiten vorzeitig und auf verdächtige Weise Im Namen klingelt auch was Ne, keine Ahnung Lady Ariella? fragte ich erstaunt Ist sie eine bekannte Person? Das spielt keine Rolle bildte Sir Raymond und wischte meine Frage grob beiseite Ich brauche Ihre Hilfe Mr. Holmes um dieses Verbrechen aufzuklären Sie werden doch nicht ablehnen Holmes lehnte sich in seinem Sessel zurück und musterte Sir Raymond mit kühlem Blick Sehr gut Sir Raymond Ich werde Ihren Fall annehmen aber seien Sie gewarnt Ich werde nichts unversucht lassen um die Wahrheit ans Licht zu bringen Das hoffe ich knurrte Sir Raymond bevor er schwerfällig den Raum verließ und das Pub in eine seltsame Stille tauchte Ich blickte zu Holmes hinüber der nun mal ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen hatte Nun Watson sagte er Es scheint dass unser ruhiger Urlaub bereits ein Ende gefunden hat Da freut er sich noch drüber Also ich wäre ja sowas von angepisst Stell euch mal vor Da machst du endlich mal Urlaub bist in so einem schönen malerischen Küstenort und schon am ersten Abend kriegst du wieder Arbeit Da würde ich direkt einen gelben Schein abgeben hier Würde ich sagen Nein, nix Arzt Grippe zwei Wochen Finito Kein Bock Er kriegt ja das überhaupt Geht ihm ja doch von den Urlaubstagen ab oder? Obwohl ne Der ist ja gar nicht fest angestellt Der ist ja selbstständig Also quasi selbstständiger Schichtarbeiter in der Detektiv-Nachtschicht da Ja gut als selbstständiger Arbeiter ist da halt auch immer 28 Stunden am Tag Ist trocken die Luft hier Der nächste Morgen brachte uns eine unruhige Stille Was ist denn eine unruhige Stille? Kann ich mir jetzt gar nix darunter vorstellen Die sich über das Dorf Bricksham gelegt hatte Das Meer rauschte leise gegen die Felsen Hallo Stille war angesagt Meeresrauschen bitte muten Ja danke Während die Fischerboote gemächlich im Hafen schaukelten Doch trotz dieser friedlichen Kulisse lastete eine gespannte Erwartung in der Luft zumindest in meinen Gedanken Holmes war wie immer ruhig und gesammelt aber ich wusste dass sein Verstand bereits auf Hochtouren arbeitete Das Versprechen das er Sir Raymond Winclair gegeben hatte hielt ihn beschäftigt auch wenn er es sich nicht anmerken ließ Nach einem schnellen Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Hillhead dem Dorf in dem Sir Raymond anwesen lag Ja und englisches Frühstück das ist ja toll da gibt es ja irgendwie Bratwurst Spiegelei Gebackene Bohnen Gebackene Pilze Gebackene Tomaten Gebackener Toast Gebackene Blutwurst Gebackener Kaffee Gebackener Spina Also die die schmeißen einfach alles in die Fritteuse was was ich so im Kühlraum noch finden lässt und dann gibt es das also ist auf jeden Fall extrem lecker und dazu diese Brown Sauce hier das ist so die wird glaube ich aus Baumrinde rausgequetscht aber auch relativ lecker doch doch mag ich stehen geblieben ach ja hier ein alter Kutscher den Mrs. Popp uns empfohlen hatte brachte uns brachte uns ab einem rumpelnden Wagen die schmale Küstenstraße hinauf der Weg führte durch Wind gepeitschte Felder und dichte Wälder bis sich das Anwesen schließlich vor uns auftat Winkler Hall lag abseits des kleinen Dorfes auf einem Hügel umgeben von verwilderten Gärten und zerbrochenen Steinmauern die einst eine stolze Pracht besessen haben mochten doch jetzt sprach das gesamte Anwesen von Vernachlässigung und Verfall die großen Fenster waren verschmutzt der Putz der Putz ja der Putz bröckelte von den Wänden und die ehemals prachtvolle Auffahrt war von Unkraut und Wurst überwuchert ach ne Wurst steht da gar nicht das hat jetzt irgendwie mein Unterbewusstsein mit reingemacht komisch frag mich nur warum es schien als ob der Zustand des Hauses ein Spiegelbild seines Besitzers war verfallen vernachlässigt und hoffnungslos hoffnungslos ich brauch echt nochmal einen Schluck Musstet ihr lange warten nein gut ja den Tee habe ich jetzt schnell aufgebrüht in der Pause Mikrowelle regelt ein eindrucksvolles Beispiel menschlicher Nachlässigkeit bemerkte Holmes trocken als wir die Auffahrt hinaufgingen in der Tat stimmte ich zu während ich mich umsah ein Haus wie dieses sollte doch eigentlich von einem gewissen Stolz zeugen doch hier sieht es aus als wäre es seit Jahren nicht mehr gepflegt worden Sir Raymond empfing uns an der breiten Eingangstür die knarrend aufschwang als ein Diener ein blasser mächtiger Mann mittleren Alters sie für uns öffnete Sir Raymonds Erscheinung hatte sich seit unserem letzten Treffen nicht verbessert er trug dieselben zerknitterten Kleider und sein fahles Gesicht glänzte von Schweiß als er uns in die düstere Eingangshalle führte willkommen in Winkler Hall grunzte er als wir eintraten es ist kein Schloss aber es erfüllt seinen Zweck ja man darf nur oben nicht ins Badezimmer weil der Boiler ist aus und die Tür fehlt und das Klo ist kaputt aber ansonsten ist alles Tutti Holmes warf einen prüfenden Blick auf die Umgebung ein andrucksvolles Anwesens Sir Raymond schade nur dass es so wenig gepflegt wird oi 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 jetzt kommt wahrscheinlich ein Feuerwerk warum er da nichts machen kann etc tatsächlich sogar Sir Raymond schnaufte verächtlich das Dorf mag in Armut leben aber ich brauche keinen Prunk um meinen Stand zu zeigen ich bemerkte wie Holmes einen Blick mit mir austauschte er hatte bereits mehr über den Charakter dieses Mannes herausgefunden als ich in der Lage war in ihm zu sehen führen sie uns bitte zu dem Ort an dem der Diebstahl stattfand sagte Holmes schließlich ich möchte ich möchte mir einen Überblick verschaffen bevor wir die Verdächtigen befragen Sir Raymond führte uns durch die muffigen Gänge des Anwesens die Korridore waren düster und der muffige Geruch von Feuchtigkeit hing schwer in der Luft wir erreichten schließlich einen großen Salon der wohl einst als Festsaal gedient hatte jetzt jedoch nur noch eine traurige Ruine war hier so erklärte Sir Raymond hatte das besagte Fest stattgefunden es ist der Raum in dem ich meine Filmrollen aufbewahrt habe erklärte er und deutete auf eine große Holzkiste in der Ecke des Raums am Morgen nach der Feier war die Kiste leer 600 Filmrollen Mr. Holmes einfach verschwunden Holmes trat an die Kiste heran und untersuchte sie sorgfältig sie war alt und abgenutzt aber es schien als hätte sie lange Zeit dort gestanden Holmes Finger glitten über die Holzoberfläche bevor er sich erhob und Sir Raymond ansah und sie sind sicher dass die Filmrollen während der Feier gestohlen wurden fragte er ohne Zweifel rief Sir Raymond aufgeregt sie waren am Abend zuvor noch da als ich den Gästen eine meiner Sammlungen vorführte am Morgen war alles als ich den Gästen eine meiner Sammlungen vorführte naja also eine Filmrolle aus der Sammlung wer waren die Gäste auf ihrer Feier erkundigte sich Holmes während er noch immer die Umgebung der Salons musterte nur eine kleine exklusive Runde antwortete Sir Raymond Lady Ariella wie ich bereits erwähnte war da dann war da noch Mr. Bentley ein Freund aus alten Zeiten und laut William Eberhard ein passionierter Sammler von Filmkunst genau wie ich und Lady Ariella sagte Holmes mit leichtem Interesse wie genau verhielt sie sich während der Feier Sir Raymond Gesicht verzog sich verdächtig Mr. Holmes sehr verdächtig sie verließ das Fest ohne Erklärung kurz nach dem Filmabend ich bin mir sicher dass sie etwas damit zu tun hat warum glauben sie das fragte ich hatte sie einen Grund sie zu bestehlen diese Frau ist listig knurrte Sir Raymond sie hat nie ein Geheimnis daraus gemacht dass sie meine Sammlungen verachtet sie ist eine Frau von wie soll ich es sagen fragwürdiger Moral eine Frau von fragwürdiger Moral so eine die abends am Bahnhof steht oder meint er das jetzt irgendwie anders Holmes unterbrach ihn sanft Sir Raymond bevor sie sich auf Vermutungen stützen möchte ich mit den anderen Gästen sprechen wo können wir sie finden Lady Ariella weilt im Dorf sie hat ein kleines Haus am Rand von Hillhead Mr. Bentley ist auf Geschäftsreise in London aber Lord Everhard ist immer noch in der Gegend er wohnt in einem Cottage nicht weit von hier oh er wohnt in einem Cottage wir sind reich wir haben ein Cottage angeber sehr gut sagte Holmes wir werden beide aussuchen aber zunächst möchte ich Lady Ariella treffen wir fahren jetzt zu Lady Ariella die Fahrt dauert eine Weile da trinke ich noch einen Schluck ich hoffe ihr werdet nicht reißekrank ihr wisst ja diese Kutschen und diese alten Wege das hat auch ziemlich geschaukelt also nicht dass es euch jetzt übel wird man träumt ja hinterher schlecht oder so das wäre natürlich nicht ganz so schön es dauerte nicht lange bis wir das Anwesen von Lady Ariella erreichten im Gegensatz zu Winkler Hall war ihr kleines Haus schlicht aber gepflegt und es sprach von einem gewissen Stil und einer Eleganz die ihrem Ruf gerecht wurde ach den Ruf hat sie auch noch sie war eine hochgewachsene Frau von außergewöhnlicher Schönheit mit einem kühlen distanzierten Blick der jedoch vor einem Hauch Traurigkeit getrübt war Mr. Holmes Dr. Watson sagte sie mit ruhiger Stimme als wir vorgestellt wurden ich nehme an sie sind wegen der schrecklichen Anschuldigungen hier das ist ein langes Wort das muss man auch erstmal lesen die Sir Raymond gegen mich erhoben hat in der Tat Lady Ariella antwortete Holmes höflich Sir Raymond behauptet sie hätten seine wertvolle Sammlung von Filmrollen entwendet ein spöttisches Löffel spielt um ihre Lippen ja was spielte es denn Cricket Golf Tennis das müsste man jetzt natürlich wissen damit man sich das bildlich auch vorstellen kann oder Pritsch die Engländer haben ja auch gern Pritsch gespielt damals ihr wisst dieses Kartenspiel wo man es ist kompliziert es ist unfassbar kompliziert nicht ganz so kompliziert wie Whist aber sehr kompliziert Sir Raymond und seine wertvolle Sammlung wiederholte sie wenn sie wüssten wie oft er versucht hat mich mit diesen Filmrollen zu beeindrucken er hielt es für charmant mir seine Sammlung zu zeigen in der Hoffnung ich würde mich für ihn erwärmen und fragte ich neugierig haben sie sich für ihn erwärmt ihre Augen blitzten auf und sie lachte leise sicherlich nicht Dr. Watson Sir Raymond ist ein arroganter Mann der glaubt dass jede Frau durch seine Zerschaustellung von Reichtum und Macht beeindruckt sein muss erinnert mich das irgendwie habe ich das Gefühl da sind echt ein paar Anspielungen drin aber ich komme nicht drauf auf was das anspielt habt ihr ne Idee ich habe ihm klar zu verstehen gegeben dass ich nichts von seinen Avancen halte und das fürchte ich hat ihn sehr verärgert waren sie auf seiner Feier anwesend fragte Holmes ja aber ich blieb nicht lange seine Anzüglichkeiten wurden unerträglich und ich verließ das fest frühzeitig wenn er behauptet dass ich etwas gestohlen habe lügt er ich habe keine Ahnung von Filmrollen und noch weniger Interesse an ihnen Holmes betrachtete sie aufmerksam bevor er nickte vielen Dank Lady Ariella ich nehme an sie haben kein Problem damit wenn ich sie bei weiteren Fragen erneut aufsuche natürlich nicht Mr. Holmes sie werden nichts finden was sie gegen mich verwenden können Holmes erhob sich und wir verabschiedeten uns Holmes steht übrigens ohne Hände auf er kann das als wir die Tür hinter uns schlossen bemerkte ich dass Holmes nachdenklich wirkte auch das ist bei Holmes aber selten dass er nachdenklich wirkt oder also da brauchst du jetzt wirklich nicht extra darauf hinweisen Holmes wirkt immer nachdenklich oder er schläft aber selbst dann ist er nachdenklich also ein bisschen seltsam ist er ja der Holmes Nun Watson sagte er ich habe den Eindruck dass dieser Fall weitaus komplizierter ist als Sir Raymond uns glauben machen wollte lassen sie uns nun Lord Eberhard aufsuchen ich habe das Gefühl dass wir bald einem interessanten Detail auf die Spur kommen werden die Sonne hing bereits tief am Horizont als wir Lady Arielas Anwesen verließen und uns auf den Weg zu Lord William Eberhards Cottage machten die Kühle des Abends legte sich über die Landschaft während Holmes in Gedanken versunken voranschritt ach die gehen zu Fuß die haben gar keine Kutsche Richtig sportlich hier ich war mir sicher dass er bereits eine Hypothese es heißt nicht Hypothese es heißt Hypophüse und natürlich hat er sowas ist der Typ Arzt und ist dich plötzlich sicher Holmes hat bestimmt auch eine Hypophüse ja und Milz hat er auch wo hat der eigentlich sein Medizinstudium gelernt jetzt mal ehrlich unter uns kann ja wohl nicht sein also hör mal auf aber er verrät mir nichts seine Fähigkeit Details zu erkennen die den meisten verborgen blieben faszinierte mich immer wieder ja Junge du bist schon fasziniert wenn ein Mensch Organe hat ist aber auch manchmal ein Dödel Lord William Eberhard war ein alter Freund von Sir Raymond und obwohl dieser als Sammler von Filmkunst beschrieben wurde erwartete ich nichts besonderes nachdem ich Sir Raymonds Zustand und Lebensstil gesehen hatte doch Lord Everards Cottage überraschte uns manchmal ist das ja richtig schwer von diesen englischen Namen wieder aufs deutsche umzuschalten da will man dann ein weh 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 aus pression und so es war ein elegantes aber unauffälliges Haus eingebettet in eine gepflegte Gartenlandschaft der Garten selbst war eine Augenweite Hecken Blumenbeete und Skulpturen bildeten eine harmonische Einheit die einen Eindruck von feinem Geschmack und Kultiviertheit vermittelte ja und das mitten im Herbst Im Gegensatz zu Winkler Hall war Everhards Anwesend ein Zeichen von Würde und Pflege Ich will dauernd Würstchen lesen ein Zeichen von Würde und Pflege Ein alter Gärtner wisserte gerade die Pflanzen als wir ankamen Ein Mann von Kultur murmelte Holmes als er das Gebäude betrachtete Ich habe den Eindruck dass Lord Everhard uns mehr verraten wird als Sir Raymond uns bisher gestattet hat Wir klopften an die Tür und sie wurde von einem gut gekleideten Butler geöffnet der uns höflich begrüßte und in einen Salon führte Der Raum war geschmackvoll eingerichtet mit Kunstwerken an den Wänden und Regalen voller Bücher und Filmdosen Nach wenigen Minuten Alin 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 erschien Er erschien er 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 lehnte nicht erschien er erschien Lord Everhard selbst ein hochgewachsener blanker Mann mit feinem leichter krautem Haar er trug eine Brille mit dünnem Gestell und sah uns mit lebhaften aber freundlichen Augen an Warum lebhaft aber freundlich das klingt jetzt fast so als wäre lebhaft was was freundlichkeit ausschließt lebhaft das ist doch so Aufmerksamkeit und Neugierde das ist doch nichts unfreundliches Mr. Holmes Dr. Watson sagte er mit ruhiger Stimme während er uns den Hund reichte die Hand sorry ich hab wieder Dreck auf der Brille ich habe von Sir Raymond gehört dass sie den Vorfall in Winkler Hall untersuchen was für eine unangenehme Angelegenheit in der Tat antwortete Holmes und nahm auf einem Sessel Platz auf einem Sessel nimmt man nicht normalerweise im Sessel Platz aber vielleicht setzt das sich auch lecher auf die rücken es sieht doch ganz gut aus hat noch einen Überblick man sitzt ja höher Sir Raymond behauptet dass bei seiner Feier 600 Filmrollen gestohlen wurden und der Lady Ariella für die Tat verantwortlich macht Lord Everhard hob eine Augenbraue auch wieder nur eine Leute ihr habt zwei ihr könnt beide benutzen und lächelte leicht Lady Ariella Sie meinen die junge Dame die Sir Raymond nur allzu gern in Beine übereinander es überrascht mich nicht dass er sie beschuldigt er ist ein Mann der sich nicht mit Zurückweisung abfinden kann Sie glauben also nicht dass sie die Filmrollen gestohlen hat fragte ich neugierig wie Lord Everhard auf diese Verdächtigung reagierte Nein antwortete er entschieden Lady Ariella ist keine Diebin Sie hat mich das geringste Interesse an Filmen geschweige denn an den alten vergilbten Rollen dieser Raymond so schätzt ich hab auch so ne dumme Ahnung was auf diesen Filmrollen drauf sein könnte ich sag nur große Wassertiere und so ne sie ist eine Frau von Klasse und Geschmack ja wie schmeckt sie denn nach Erdbeer woher weiß der das hat er schon ein Stück aus hier raus gebissen so fehlt da was im Ramm und wenn sie sich hin und wieder in Kreisen bewegt Moment Quatsch sie ist eine Frau von Klasse und Geschmack auch wenn sie sich hin und wieder in Kreisen bewegt die nicht meinem Stil entsprechen was können sie uns über den Abend der Feier erzählen fragte Holmes haben sie etwas ungewöhnliches bemerkt Lord Eberhard legte seine Hände zusammen und überlegte kurz es war ein merkwürdiger Abend das gebe ich zu rekt fast manisch er war besessen davon und seine Sammlung vorzuführen und spielte die ganze nacht hindurch alte stumm Filme die nur er zu schätzen wusste die meisten Gäste waren gelangweilt oder verärgert aber er bemerkte es nicht gibt's auch Animes als Stumm Filme ich frage nur wie komme ich jetzt eigentlich auf das Thema Animes komisch irgendwie diese Anspielungen müssen was sie meinem Unterbewusstsein machen und Lady Ariella wie hat sie auf diese Vorstellung reagiert fragte ich sie war höflich aber sichtlich genervt sagte Eberhard und lächelte schief Sir Raymond hat sie fast den ganzen über belagert und als er versuchte sie zu beeindrucken indem er seine neuesten Filmrollen zeigte hatte sie genug sie entschuldigte sich und ging frühzeitig wann genau ist sie gegangen ich blieb noch eine Weile länger aber irgendwann hatte auch ich genug von Sir Raymond Monologen als ich ging schien noch alles in Ordnung zu sein von einem Diebstahl war keine Rede Holmes warf einen prüfenden Blick auf die Regale in denen viele Filmrollen ordentlich gestapelt waren sie sammeln also auch Filme Lord Eberhard sind sie vertraut mit Sir Raymond Sammlung ja teilweise antwortete Eberhard und folgte Holmes Blick Raymond besitzt eine große Menge an Filmrollen aber er ist mehr ein Horter als ein wahrer Sammler ihm fehlt das Verständnis für die Kunst die in diesen Filmen steckt hat er ihnen jemals von den 600 Filmrollen erzählt die angeblich gestohlen wurden fragte Holmes Lord Eberhard schüttelte den Kopf nicht in diese Anzahl Raymond sprach häufig von seiner ruckende Menge selbst für ihn mir scheint er hat seine Sammlung stark überschätzt oder was wahrscheinlicher ist er übertreibt der hält ja auch nicht so viel von dem Raymond komisch Holmes lehnte sich zurück und mustert Eberhard haben sie den Verdacht dass er Raymond uns nicht die ganze Wahrheit erzählt was kommt dann das raus das frage ich mich jetzt schon wie kommt er auf so eine Idee Eberhard zögerte dann nickte er ja Mr. Holmes Raymond ist ein schwieriger Mann er ist stolz aber auch verbittert seine ständigen Misserfolge sei es in seinen geschäftlichen Angelegenheit oder in seinem persönlichen Leben haben ihn zu einem unzuverlässigen Erzähler gemacht es würde mich nicht überraschen wenn dieser Vorfall weniger mit einem Diebstahl als vielmehr mit einer gekränkten Eitelkeit zu tun hat eine interessante Theorie sagte Holmes leise ich danke ihnen Lord Everhard ihre Beobachtungen waren sehr aufschlussreich wir verabschiedeten uns von Lord Everhard und traten in die frische Abendluft Holmes schwieg eine Weile als wir den Weg zurück nach Bricksham antraten wie die gehen zu Fuß bis nach Bricksham der reinste Pilgerweg äh wie komme ich jetzt auf Pilgerweg komisch ich konnte sehen dass er tief in Gedanken versunken war und ich wagte es nicht ihn zu unterbrechen erst 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 als wir fast das dorf erreicht hatten sprach er Watson es scheint als stünde hier mehr auf dem Spiel als nur ein einfacher Diebstahl ich glaube dass Sir Raymond uns in die Irre führt seine widersprüchlichen Aussagen und die Tatsache dass weder Lady Ariella noch Lord Everhard eine Verbindung zu diesen Filmrollen haben lässt mich vermuten dass der wahre Grund seine Anschuldigung persönlicher Natur ist meinen sie er hat die Filmrollen nie besessen fragte ich möglicherweise antwortete Holmes aber bevor ich zu einer endgültigen Schlussfolgerung komme werde ich eine letzte Untersuchung auf Winkler Hall durchführen wir müssen herausfinden ob es jemals diese 600 Filmrollen gegeben hat oder ob sie nur ein Vorwand sind um sich an Lady Ariella zu rächen wir erreichen das Chili & Cheese und nahmen ein einfaches Abendessen ein äh panierte Panade Holmes sprach den Rest des Abends kaum ein Wort und ich wusste dass er seinen Plan für den nächsten Tag schmiedete was auch immer in Winkler Hall vorgefallen war Holmes war entschlossen die Wahrheit ans Licht zu bringen ja da muss er eine Taschenlampe mit bringen weil der Stromzähler ist ja leer am nächsten Morgen würden wir dorthin zurückkehren und ich spürte das Ende dieser seltsamen Geschichte näher rückte bin ich aber gespannt seid ihr auch gespannt will ich weiterlesen oder wollen wir bis morgen warten er schlaft schon ok dann lese ich einfach weiter selbst schuld am morgen kehrten wir mit erneuter entschlossenheit nach Winkler Hall zurück Holmes hatte wie immer seine üblichen Pläne im Kopf aber diesmal konnte ich den Hauch von Unruhe in seinem Verhalten nicht übersehen die Vorfälle um Sir Raymond Winkler waren seltsam und und undurchsichtig und ich spürte dass wir einer entscheidenden Entdeckung nahe waren als wir das Anwesen erreichten wirkte es noch letzten Besuch der Nebel hing schwer über dem Anwesen und die zerfallenen Mauern schienen sich unter dem Gewicht des Verfalls zu krümmen Sir Raymond erwartete uns bereits am Tor sein Gesicht blass und glänzend von Schweiß sein sonst so arroganter Ausdruck bei einem verärgerten und nervösen Zucken gewichen Was zuckt denn so Junge was zuckt denn so Mr. Holmes begann er ich hoffe sie haben endlich gute Neuigkeiten meine Geduld wird auf die Probe gestellt und meine Sammlung Ihre Sammlung Sir Raymond unterbrach Holmes ruhig steht im Zentrum unserer Untersuchung darf ich Sie bitten mich in den Salon zu begleiten wo wir die letzten Ermittlungen abschließen können Sir Raymond runzelte die Stirn gab jedoch nach natürlich folgen sie mir wir traten in den Salon wo Holmes sich sofort an die Kiste mit den angeblich gestohlenen Filmrollen begab er öffnete sie erneut und untersuchte das Innere mit einem kleinen Taschenlampe das steht wirklich mit einem kleinen Taschenlampe die er aus der Tasche zog habt ihr auch eine kleine Taschenlampe brennen schreibt was schön egal ich beobachtete wie seine Finger methodisch über das Holz glitten die Ränder der Kiste abtasteten und an den Scharnieren verweilten Watson sagte er schließlich ohne den Blick von der Kiste zu nehmen sagen sie mir was sie hier sehen ich trat näher und beugte mich über die Kiste sie war groß genug um 600 Filmrollen aufzunehmen also ich hätte jetzt keine Ahnung wie groß eine Kiste sein muss damit da 600 Filmrollen reinpassen es gibt ja auch unterschiedlich große Filmrollen lange Filme und kurze Filme damals in der Schule sind ältere anwesend damals in der Schule gab es auch noch so Filmvorführung wird richtig mit so einem Filmrolle und Projektor der gemacht hat, das war eine relativ kleine, im Kino hat man relativ groß, also ist immer ein Unterschied. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt war, ich sollte mir angewöhnen, den Mauszeiger da an die Stelle, wo ich bin, das ist dann einfacher. Ah, hier, genau. Ich trat näher und beugte mich über die Kiste. Sie war groß genug, um 600 Filmrollen aufzunehmen, aber das Innere war leer und fand Schmutz und Staub bedeckt. Nichts von Bedeutung, antwortete ich schließlich, ratlos. Nur eine leere Kiste. Holmes nickte leicht. Eine leere Kiste, in der angeblich 600 Filmrollen gelagert wurden. Sir Raymond, wie oft haben Sie diese Kiste geöffnet und Ihre Sammlung bewundert? Sir Raymond pinselte überrascht. Öffnen? Nun, ich öffne sie nicht häufig. Ich habe das Hauspersonal beauftragt, die Sammlung zu pflegen. Aber die Rollen waren da, Mr. Holmes. Das versichere ich Ihnen. Holmes stand auf, trat einen Schritt zurück und musterte Sir Raymond mit einem durchdringenden Blick. Sind Sie sicher, Sir Raymond? Können Sie uns wirklich versichern, dass diese 600 Filmrollen jemals in dieser Kiste waren? Sir Raymonds Gesicht verzog sich. Was wollen Sie damit andeuten? Natürlich waren Sie da. Ich habe sie selbst hineingelegt, als ich sie erwarb. Interessant, sagte Holmes, der jetzt mit verschränkten Armen vor Sir Raymond stand. Denn ich habe Beweise dafür, dass die Kiste seit Monaten nicht geöffnet wurde. Der Staub auf dem Boden und an den Scharnieren spricht eine eindeutige Sprache. Auch gibt es keine Kratzspuren oder Abnutzung, die darauf hinweisen würden, dass diese Kiste regelmäßig verwendet wird. Das lässt nur den Schluss zu, dass sie längere Zeit leer stand. Sir Raymonds Gesicht lief rot an. Unsinn. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass ich mir das alles etzatlar nur ausgedacht habe. Holmes trat einen Schritt näher, seine Stimme ruhig, aber fest. Das ist genau das, was ich andeute, Sir Raymond. Diese 600 Filmrollen haben nie existiert. Nicht in der Menge, die sie behaupten. Die Geschichte von einem Diebstahl ist eine Ablenkung. Ein Mittel, um Lady Ariella in Misskredit zu bringen. Ein Schock durchzuckte Sir Raymonds Gesicht, gefolgt von wütendem Zittern. Sie wagen es, mich zu beschuldigen. Mich, der ich ein ganz besonderer Mensch bin. Holmes ließ sich nicht beeindrucken. Ich beschuldige sie der Täuschung. Sie haben eine Geschichte erfunden, weil Lady Ariella ihre Annäherungsversuche zurückgewiesen hat. Als sie ihr Interesse nicht erwiderte, suchten sie nach einem Weg, sich zu rächen. Der angebliche Diebstahl ihrer wertvollen Filmrollen war nichts weiter als ein Mittel, um ihre Reputation zu zerstören. Sir Raymond wongelte zurück, als ob Holmes' Worte ihn physisch getroffen hätten. Das ist eine infame Lüge und ich habe keine Ahnung, was infam bedeutet. Nein, Sir Raymond, entgegnete Holmes kühl. Die einzige Lüge hier ist die, die Sie uns aufgetischt haben. Sie haben sich in Widersprüche verstrickt, seitdem wir uns das erste Mal mit Ihnen unterhalten haben. Zuerst behaupteten sie, dass sie die Filmrollen noch am Ende, noch am Abend des Festes gesehen haben. Dann sagten sie, dass sie sie selten überprüfen. Ihre Widersprüche verraten ihre Täuschung. Sir Raymonds Gesicht verzog sich vor Zorn. Sein Mund schrumpfte. Doch bevor er antworten konnte, öffnete sich die Tür und Lady Ariella betrat den Raum. Sie wirkte gefasst und selbstbewusst, durch ihre Augen musterten Sir Raymond mit unverhohlener Verachtung. Mr. Holmes, sagte sie ruhig. Ich habe erfahren, dass Sie hier sind, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Hat dieser Mann endlich gestanden, was er getan hat? Holmes nickte. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen, Lady Ariella. Sir Raymond hat versucht, Sie zu diskreditieren, weil Sie seine Ernährungen zurückgewiesen haben. Es gibt keinen Beweis für den Diebstahl der 600 Filmrollen, weil es sie nie gegeben hat. Lady Ariella hob das Kinn und für einen Moment schien sie zu überlegen, ob sie Sir Raymond direkt eine donnern sollte. Doch dann bewandte sie sich an Holmes. Ich habe es immer geahnt, aber es tut gut, es bestätigt zu wissen. Ich danke Ihnen, Mr. Holmes. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Sir Raymond stand wie versteinert da, unfähig, ein Wort zu sagen. Seine Fassade war endgültig zerbrochen und seine Erniedrigung war vollständig. Ich werde das Dorf verlassen, sagte Lady Ariella ruhig. Meine Angelegenheiten in Hillhead sind beendet. Aber ich werde Sir Raymond nicht vergessen lassen, was er getan hat. Holmes verneigte sich leicht. Ich bin sicher, der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, er ist sich so sicher, dass er nochmal anfängt. Ich bin sicher, die Gerechtigkeit wird ihren Lauf nehmen, Lady Ariella. Mit diesen Worten verließ sie den Raum und die Stille, die sie hinterließ, war so drückend wie der Geruch aus Raymonds Hose. Sir Raymond stand immer noch da, als Holmes sich an mich wandte. Watson, ich denke, unsere Arbeit hier ist getan. Wir sollten nach Bricksham zurückkehren. Ja, eigentlich habt ihr ja Urlaub. Also, chillt mal am Strand. Sir Raymond hat bereits den Preis für seine Taten bezahlt. Er wird die Konsequenzen seines falschen Stolzes tragen müssen. Ohne ein weiteres Wort verließen wir Winkler Hall und ließen den gefallenen Sir Raymond hinter uns. Die Wahrheit war ans Licht gekommen und während wir zurück in das Chili & Cheese gingen, konnte ich nicht anders als zu bewundern, wie Holmes das Netz aus Lügen und Täuschungen aufgedeckt hatte. Die Rückkehr nach Bricksham führte sich an wie das Ende eines schweren Kapitels. Das Dorf lag still unter einem grauen Himmel und das Meer glitzerte in der Ferne unter den ersten Strahlen der untergehenden Sonne. Die ersten Strahlen der untergehenden Sonne findet den Fehler. Also normalerweise eine aufgehende Sonne schiebt erste Strahlen, eine untergehende eher letzte Strahlen. Aber vielleicht war die Sonne ja den ganzen Tag, wer weiß, vielleicht hat die den ganzen Tag über Sonnenfinsternis. Und erst jetzt, wo sie untergeht, ihr wisst ja, Sonnenfinsternis ist, wenn der Mond und die Sonne und die Erde alles in einer Reihe. Jetzt ist die Reihe weg und die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, blöderweise gerade, wo die Sonne ins Meer platscht. Das ist dann halt ein bisschen ungünstig. Es war, als würde der Ozean das düstere Kapitel um Sir Raymond Winclair und seine Täuschungen hinfort spülen. Holmes und ich betraten das Chili & Cheese, das nun fast leer war, abgesehen von ein paar Einheimischen, die sich in einem Eckchen zusammengefunden hatten. Watson, sagte Holmes, als wir an unserem gewohnten Tisch Platz nahmen. Wir haben einen gewohnten Tisch. Wir sind jetzt den zweiten Tag da und haben schon einen Stammtisch. Donnerbitter. Es gibt in jedem Fall einen Moment, in dem der Schleier der Träuchung fällt und die Wahrheit in ihrem nackten Licht erscheint. Sir Raymond wird sich lange an diesen Tag erinnern. An den Tag, an dem sein Stolz sein größter Feind wurde. Es ist erstaunlich, antwortete ich nachdenklich. Wie weit er bereit war zu gehen, nur um sich an Lady Ariella zu rächen. Das Ausmaß seiner Träuchung war beeindruckend, wenn auch tragisch. Holmes lehnte sich zurück, zündete sich eine Pfeife an und blies eine Wolke blauen Rauchs in die Luft. Es ist der menschliche Stolz, Watson. Der stärkste und zugleich zerstörerischste Antrieb, den es gibt. Sir Raymond hat seine eigene Ehre über alles gestellt. Und als Lady Ariella ihn zurückwies, konnte er dies nicht hinnehmen. Anstatt sich seiner Niederlage zu stellen, er schuf für eine Lüge, die immer größer wurde, bis er schließlich seine eigene Realität zerstörte. Ich nickte zustimmend. Und diese 600 Filmrollen, sie waren nie mehr als ein Phantom, ein Symbol seiner verletzten Eitelkeit. Exakt, sagte Holmes und zog an seiner Pfeife. Übrigens an Pfeifen zieht man, wenn man reinbrustet, fliegt nämlich vorne alles raus, das ist dann total unpraktisch. Nur so, falls jemand vorhat, mal mit Pfeife anzufangen, also ziehen, nicht drücken. Die Filmrollen waren ein Vorwand, ein Mittel, um Ariella zu beschuldigen und ihr Leben zu ruinieren. Doch er vergaß, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt, ganz gleich, wie gut eine Lüge versteckt wird. Gerade als wir in diesem stillen Moment der Reflexion versanken, öffnete sich die Tür des Pups und ein Polizist trat ein. Es war Inspektor Miller, der örtliche Beamte, der sich schnell als diskreter, aber gewissenhafter Mann erwiesen hatte. Er sah uns und kam direkt an unseren Tisch. Mr. Holmes, Dr. Watson, begann er mit einem höflichen Nicken. Ich wollte Ihnen persönlich für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit danken. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen und Sir Raymond Winkler wird sich für Gericht für seine Taten verantworten müssen. Holmes nickte kühl. Es war abzusehen, dass Sir Raymond in seiner Täuschung zu weit gegangen ist. Gerechtigkeit ist die einzig logische Folge. Miller sitzte sich auf die Bank uns gegenüber und fuhr fort. Lady Ariella hat bereits ihre Zeugenaussage gemacht und es scheint, dass die Dorfbewohner von Hillhead hinter ihr stehen. Sie war immer beliebt, während Sir Raymond eher verachtet wurde. Sein Ruf wird nie wiederhergestellt werden. Wie zu erwarten, murmelte Holmes, während er seine Pfeife ausklopfte. Sir Raymond hatte die Gemeinschaft nicht nur getäuscht, sondern auch das Vertrauen der Menschen missbraucht, die er zu seinem Vorteil manipulieren wollte. Ich spürte, dass Inspektor Miller noch etwas auf dem Herzen hatte, also fragte ich, gibt es sonst noch etwas, Inspektor? Sie wirken nachdenklich. Miller zögerte kurz und kratzte sich am Kinn. Nun, es gibt da noch eine Sache. Raymonds Anwesen ist in einem desolaten Zustand, das wissen sie ja. Die Behörden haben es bereits teilweise beschlagnahmt, aber es stellt sich raus, dass Sir Raymond nicht nur seine Filmrollen verloren hat. Es gibt Hinweise darauf, dass er bereits seit Monaten hoch verschuldet war. Also, irgendwie? Ich glaube, da ist doch die ein oder andere Anspielung versteckt. Warum macht der Computer das? Seine Sammlungen, die er so sehr schätzte, waren vermutlich das Letzte, was ihm geblieben war, um ein wenig Fassade aufrechtzuhalten. Ah, die klassische Tragödie des Niedergangs, sagte Holmes mit einem Hauch von Spott. Ein Mann, der in seiner eigenen Überheblichkeit versinkt, bis alles um ihn zusammenbricht. Raymond Winclair wird wohl bald nicht nur um seinen Ruf, sondern auch um seinen Besitz bangeln müssen. Ja, und dann fährt er mit einer fetten blauen Kutsche davon durchs Land. So ist es wohl, seufzte Miller. Es ist eine Schande, aber auch eine Lektion. Man sollte sich nicht so sehr von seinem Stolz leiten lassen, dass man alles andere aus den Augen verliert. Holmes erhob sich, als hätte er genug von dieser Unterredung. In der Tat, Inspektor. Doch nun, da die Angelegenheit geklärt ist, denke ich, dass Dr. Watson und ich unseren Urlaub fortsetzen sollten. Es war eine interessante Ablenkung, aber jetzt wird es Zeit, sich den ruhigeren Freuden des Landlebens zu widmen. Miller lächelte. Das kann ich verstehen. Falls sie jedoch jemals wieder in Devon weilen und ihre Hilfe gebraucht wird, hoffe ich, dass sie nicht zögern, uns zu besuchen. Holmes neigte leicht den Kopf. Wir wieder, wir werden sehen, Inspektor. Man weiß nie, wann das nächste Rätsel vor der Tür steht. Nachdem Miller gegangen war, saßen Holmes und ich noch eine Weile schweigend da, den Klang des knisternden Feuers im Kamin genießend. Ich dachte an all die Male, in denen Holmes und ich in solche mysteriösen Fälle verwickelt waren und daran, wie Holmes immer die Wahrheit ans Licht brachte, sei es durch brillante Deduktion oder durch das Aufdecken menschlicher Schwächen. Schließlich brach Holmes die Stille. Watson, es gibt einen weiteren Punkt, der mich an dieser Geschichte besonders fasziniert. Und welcher wäre das? Fragte ich. Die Tatsache, dass Menschen wie Sir Raymond oft versuchen, andere für ihre eigenen Misserfolge verantwortlich zu machen. Sie schaffen sich imaginäre Feinde, in der Hoffnung, dass sie dadurch ihren eigenen Schmerz lindern können. Doch am Ende sind sie es selbst, die den größten Schaden erleiden. Ich nickte nachdenklich. Das ist wahr, Holmes. In diesem Fall war es sein Stolz, der ihn zu Fall brachte. Holmes stand auf und sah hinaus auf das ruhige Dorf. Es ist immer stolz, Watson. Immer. Damit endete unser Abenteuer in Bricksham. Holmes und ich verbrachten die verbleibenden Tage unseres Urlaubs mit Spaziergängen entlang der Küste und Diskussionen über vergangene Fälle. Doch ich wusste, dass dieser Fall, so unbedeutend er im Vergleich zu den großen Verbrechen Londons erscheinen mochte, uns beide auf seine Weise verändert hatte. Sir Raymond Winclair war ein Opfer seiner eigenen Eitelkeit und Lady Ariella, die eigentliche Heldin der Geschichte, würde in ihrem Recht triumphieren. Und so schloss sich ein weiteres Kapitel in den Chroniken von Sherlock Holmes, aufgezeichnet durch die unbestechlichen Augen von Dr. John Watson. Und damit Ende. Also ich habe das Gefühl, da war die ein oder andere Anspielung drin. Keine Ahnung, was sich die KI dabei gedacht hat. Falls ihr eine Anspielung gefunden habt, könnt ihr es mir ja mal erklären, weil ich habe meistens keine Ahnung, was ich da überhaupt vorlese. Ich erfasse dann immer erst hinterher. Das war schon in der Schule so. Ich habe das gehasst, in der Schule vorlesen. Man liest was vor. Und hinterher kommt dann so diese Frage, okay, was habe ich jetzt eigentlich vorgelesen? Es blieb bei mir nie im Kopf hängen, das Vorlesen. Das war immer sehr seltsam. Aber ihr schlaft sowieso schon. Also ihr könnt es euch ja morgen früh nochmal anhören. Apropos morgen früh, ne? Denkt dran, morgen ist Dragon Monday. Also alles wie immer. Ja, dann würde ich sagen, schlaft recht schön. Gutes Nächte und mit Sophie, ne? Auch schön schlafen. Morgen früh kommt wieder der, wie hieß er, James mit der Stapel Dasse. Mit Schildchen Kaffee. Und ihr macht jetzt Razzatü, ich auch, weil es ist schon spät. Und draußen wird es dunkel und überhaupt in außerdem sowieso. Also, ciao. Schildchen Kaffee. Schildchen Kaffee. Schildchen Kaffee. Schildchen Kaffee. Schildchen Kaffee. Schildchen Kaffee. Vielen Dank.